Gefällt mir sehr gut, wirklich. Also die haben sich was einfallen lassen und Respekt. Sieht schon ganz fresh aus, würde ich sagen. Ja, ist mal was anderes. Mir gefällt es. Da sind Akzente drin und ich denke, dass es zur heutigen Zeit passt. Wir wünschen einfach allemal, dass er genau so eine Saison spielt, wie die letzte. Wie viele Punkte kann man holen mit dem Jersey in der nächsten Saison? Ich glaube, das hat nicht viel mit dem Trikot zu tun, aber ich denke mal, damit kann man schon ein paar Punkte einfangen, auf jeden Fall. Für viele ist das hier auch das erste Zweitliga-Jahr und es ist auch, wie gesagt, noch mal was Besonderes für viele dann, wenn man dann auf dem Platz steht und dann, also man will auf jeden Fall noch mal alles geben. Ja. 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 Ich bin mir deshalb. Ja, ich bin selber.